Als privater und institutioneller Anleger vertrauen Sie von nun an LLB Invest der Lichtensteinischen Landesbank. LLB Invest vereinigt höchste Beratungskompetenz, fundiertes Investment-Know-how und eine innovative, leistungsfähige Informationstechnologie. Das bedeutet für Sie, Sie verstehen, was wir für Sie tun und wie wir dabei vorgehen. Sie können sicher sein, dass sich Experten zuverlässig um Ihre Anlage kümmern. Ihr Eigenaufwand reduziert sich und Sie haben mehr Zeit für sich. Das Know-how unserer Anlagespezialisten garantiert Ihnen die bestmögliche Bewirtschaftung Ihrer Vermögenswerte. Profitieren Sie von einzigartigen Anlagetipps und den kontinuierlichen Optimierungsvorschlägen unserer Experten. Verpassen Sie nie eine Chance. Ihre Vermögenswerte werden automatisch mithilfe hochentwickelter Berechnungen und Abwägungen lückenlos und systematisch überwacht sowie auf Wunsch optimiert. Ganz im Sinne Ihrer individuellen Anlagestrategie. Jeder Kunde hat darüber hinaus einen individuellen Beratungsanspruch. Dafür haben wir die drei Modelle LLB Consult, LLB Expert und LLB Comfort entwickelt. LLB Consult richtet sich an Anleger, die sicherheitsbewusst sind und bestens beraten werden wollen. Neben dem exzellenten Risikomanagement steht dem Kunden ein persönlicher Berater zur Verfügung, der anhand des Anlegerprofils individuelle Anlagevorschläge ausarbeitet. LLB Expert richtet sich an engagierte Kunden, die immer am Puls des Marktgeschehens sein wollen, ein exzellentes Risikomanagement fordern, ihr individualisiertes Portfolio gemeinsam mit ihrem persönlichen Berater jederzeit anpassen wollen, Zugang zu Investmentspezialisten benötigen und über Marktchancen proaktiv informiert werden möchten. Wer sich zurücklehnen will, weil er weiß, dass sein Vermögen nicht nur exzellent verwaltet, sondern auch kontinuierlich optimiert wird, wählt LLB Comfort. Auch hier steht einem der persönliche Betreuer und bei Bedarf der Zugang zu Investmentspezialisten zur Verfügung. Mit LLB Invest erreicht die klassische Vermögensverwaltung eine neue Dimension hinsichtlich ihrer Ansprüche an Sicherheit und Beratung. Für Fragen und einen Beratungstermin steht Ihnen Ihr LLB Kundenbetreuer gern zur Verfügung.